oh mein gott ja was soll man dazu sagen nägel in den gamaschen der sport ist anscheinend gnadenlos und für geld macht man sehr sehr viel es ist ja nicht der erste skandal mit nägeln aber dazu mehr gleich nach dem intro und du 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 Ja, lesen wir mal, was die Pferderevue in Österreich schreibt. Beim Durchlesen ist mir schon schlecht geworden. Nägel in den Gamaschen, FII, sperrt Springreiter für vier Jahre. Nie wieder bekommt der einen Startplatz. Nie wieder. Das ist ganz vorsätzliche Tierquälerei. Also da brauchen wir uns überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen Geldstrafen. Oder nie wieder darf der auf dem Turnier reiten. Oder eigentlich sollte er gar kein Pferd mehr anfassen. So schaut's aus. Aber ich will mich da jetzt nicht künstlich aufregen. Eine vierjährige Turniersperre und 10.000 Schweizer Franken Geldstrafe. Also niedriger geht's nimmer, hat der Weltreiterverband über einen für Großbritannien startenden und den Springreiter verhängt. An den Hinterbeinen seines Pferdes wurden mit spitzen Nägeln präparierte Gamaschen gefunden. Boah, schau da, schau da, sag ich da nur. Das geht gar nicht. Wie kann man nur zu solchen Mitteln greifen? Das ist die absolute Verzweiflung eines Trainers oder wer immer sich dafür auch entschieden hat. Seit 2018 ist unter der britischen Flagge antretenden Ejam Zibi auf internationalen Turnieren unterwegs. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Seine Turnierstarts beschränkten sich bislang allerdings auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort hat man ihn im Februar 2021 auch erwischt, als er anlässlich eines CSI-3-Stern in Dubai perfide präparierte Hinterhand-Gamaschen verwendete. Ja, Gott sei Dank hat man da schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf das geworfen. Es ist nämlich wirklich wichtig, dass man da dann nicht wirklich drüber schaut oder Leute, die dann am Abreiteplatz stehen, vielleicht noch irgendwie gekauft worden sind, weil man schon wusste, dass der in irgendeiner Weise nicht rechtens handelt. Genau, aber Gott sei Dank, danke, aufmerksam gemacht hatte ein FEI, eine FEI offizielle, also das heißt, jemand ist da beauftragt worden, die den Warm-up-Bereich, also den Abreiteplatz beobachtete, dass um Zibis Pferd vier Personen standen und das ist mir schon vollkommen klar, wer sowas anlegt, der braucht auch viel Manpower, während der Reiter im Sattel saß. Das ist es natürlich, wenn der Reiter das gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich da mich noch in den Sattel gesetzt hätte. Ein laut ihrer Aussage ungewöhnliches Szenario, ja, stimmt auch. Also wenn man sowas sieht, sollte man wirklich gleich die Augen und Ohren offen halten. Ungewöhnlich war auch die Art und Weise, wie Zibis Pferd HH Sigma Hinterhandgamaschen angelegt wurden. Und die Reaktion des Wallachs darauf, sobald eine Gamasche befestigt war zu HH Sigma, also das Pferd, sein Bein vermehrt an und schlug mehrfach aus, ja, was soll er auch sonst tun, mit Nägeln drin, also was glauben die denn, dass das nicht auffällt. Dasselbe Schauspiel bot sich beim Anlegen der zweiten Gamasche, ja klar, was bei der ersten passiert, wenn in der zweiten auch ein Nagel drin ist, ist klar. Beim Springen im Aufwärmviereck warf der Wallach danach die Hinterbeine extrem in die Luft, ja klar, Schmerzen. Oh, schrecklich, schrecklich, ich mag gar nicht mehr weiterlesen, aber für euch tue ich es jetzt. Die FEI-Offizielle verständigte den Chef-Stewart über Funk von den Vorgängen, worauf sich dieser selbst ein Binnenbild machen wollte. Doch bevor er die Beine des zehnjährigen Numero Uno Sohnes kontrollieren konnte, also das ist praktisch das Pferd, nahm Zibis-Trainer die Gamaschen ab und schleuderte sie in das abgegrenzende Gebüsch. Dort fand der Chefstuer das Corpus Delicti. Wenn man das natürlich dann auch noch schnell ins Gebüsch schmeißt, dann ist das natürlich auch mehr wie auffällig. Nach dem Grund für die extremen Reaktionen des Pferdes musste er nicht lang suchen. An der Innenseite der Gamaschen wurde jeweils ein Nagel angebracht, zu dem waren Blutsporen zu erkennen. Blut fand der Chef-Stewart an den Hinterbeinen des Wallachs, naja, ich meine, das ist einfach nur Scheiße. Entschuldigung, ich äußere mich nicht dazu, aber das, ja. Esam TV erhielt darauf eine gelbe Karte, eine rote, wie gesagt, wurde disqualifiziert. Bis März startet er noch auf drei weiteren Turnieren, also wäre er da gestartet, die für eine lange Zeit, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal lesen, bis März startete er noch auf drei weiteren Turnieren, also hätte er vorgehabt, dass jetzt die letzten für eine lange Zeit, okay, er, er, Wie das FII-Tribunal am 2. Februar mitteilte, wurde gegen den 28-Jährigen eine vierjährige Sperre wegen Pferdemissbrauch verhängt. Bis 1. Februar 2026 darf er weder an einem internationalen noch an einem nationalen Turnier teilnehmen. Davon abgesehen wurde, Sibi, der bis zuletzt verhemd, bestritt, von den Gamaschen gewusst zu haben, mit einer Geldstrafe von Höhe 10.000 Schweizer Franken belegt und auch die Prozesskosten in Höhe von 2.000 Schweizer Franken musste ertragen. Ja, alles zu wenig. Das muss wirklich so hart bestraft werden, dass da keiner in entferntester Hinsicht aber auch keine Sekunde daran denkt, sowas zu machen. Ich, ja, dass er das nicht gewusst hat, also tut mir leid, das weiß man. Das weiß man. Wenn auf einmal vier Leute um ein Pferd rumstehen, die Gamaschen angelegt werden, auf das Pferd dann so extrem reagiert. Sein zyrischer Trainer Hisham Garibib oder wie auch immer, der Sigma fallweise selbst auf Turnieren vorstellt, der hatte ebenfalls eine Sperre ausgefasst. Ja, natürlich. Nie wieder. Auf ein Turnier. Er bleibt bis Februar 2023 vom Turniersport ausgeschlossen. Zusätzlich wurde über ihn eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Schweizer Franken, sowie anteilig 2.000 Schweizer Franken, Prozesskosten verhängt. Nein, dafür gibt es für so etwas, gibt es keine, keine Geldstrafe. Ja, einfach aus mit dem Turnier, aus, der darf nie wieder mit Pferden zu tun haben. Ganz einfach. Also, mir fällt da nichts anderes ein, aber die Geldstrafen, die sind lächerlich. Für jemand, der Geld hat, ist das wirklich lächerlich. Wenn er einen guten Sponsor hat, dann lacht er sich noch eins. Ja, tut mir leid, das ist jetzt so ein richtiger Aufreger, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich unglaublich. Und jetzt eine Bitte an alle, die vorhaben, im Sport auch als Pfleger zu arbeiten oder so etwas mitbekommen. Sollte sowas im Stall sein. Sollte sowas in einem Stall gemacht werden. Es gibt nur eins für euer Gewissen. Denn ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen, sagt man. Ihr arbeitet nicht mehr für diese Institution oder für diesen Springreiter oder Dresorreiter oder Sportreiter an sich. Da wird nicht mehr gearbeitet, legt die Kündigung hin und dann könnt ihr eigentlich das, ja, letztendlich anzeigen. Aber wenn ihr da noch drin bleibt, dann habt ihr natürlich kein schönes Leben mehr. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Es kann nie im Sport so etwas angewandt werden. Es geht einfach nicht. Was soll man da im Grunde genommen anderes sagen als wie, nein, das ist so ein Schmerz, der dazugefügt wird. Am liebsten, wie gesagt, sollte man so einen Artikel gar nicht mehr lesen müssen in unserer heutigen Zeit. Aber danke an die aufmerksame Dame oder Herr, die am Abreiteplatz bei diesem Turnier war. Danke, dass im Endeffekt das auch geahnt wurde von offizieller Stelle. Ich kann nur sagen, das ist ein gutes Auge gewesen und dass der Verantwortliche da auch wirklich gleich geschaut hat, war einfach verantwortungsvoll. FII hat meines Erachtens alles richtig gemacht, nur die Strafen, klar, die muss man natürlich. Wenn man nicht mal Reue zeigt, sondern, oh, ich habe nichts gewusst davon, dann tut mir leid, dann gibt es da nur noch für mich eine Strafe und die heißt nie wieder ans Pferd oder nie wieder aufs Pferd. Ganz einfach. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch, dass ihr nie in so eine Situation kommt, dass ihr das seht oder dass ihr im Endeffekt damit konfrontiert seid. Es gibt abschließend noch gesagt, niemals einen Grund, auch sein noch so viel Geld im Spiel, ein Pferd zu quälen in dieser Art und Weise. Amen, Ende, danke fürs Zusehen, abonnieren, liken, was ihr wollt, kommentieren, danke fürs Zusehen, Baba, eure Alex. Eure Meinung ist jetzt gefragt. Schreibt doch auch einmal in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Sollt ihr überhaupt noch auf einem Turnier starten?